Sehe ich das richtig? Ist das da der Mabelkopf? Prima Puppenbär, hast du geschafft, wieder oben auf den Schrank. Jetzt gucke ich aber vorsichtshalber trotzdem noch mal, ob das der Mabelkopf war. Ja, das war der Mabelkopf. Hier sitzt der Bailey. Hast du gesehen? Mabel ganz oben auf dem Küchenschrank. Sehr cool, da muss ich gleich noch mal glotzen gehen. Glotzi, 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 glotzi. Guck, guck. Meine süße Puppe. Du kommst ja auch wieder runter, ne? Ja, blöde Frage. Wo bist du denn jetzt? Ups, weggerutscht. Da. Sehr gut hast du das gemacht, mein Schatz. Prima.